Ja, so Leute, willkommen zurück. Es fällt mir gerade eben so schwer, nicht einfach da reinzugehen und jeden zu erledigen, wenn es überhaupt machbar wäre. Auf jeden Fall, ähm, ja, toll. Da habe ich jetzt endlich Derby abgeschlossen und was passiert gleich danach? Ein verdammter Crash. Ja, da brauche ich bis zu 5 Minuten, um diese Aktivität abzuschließen und dann das. Oh Gott, Leute, ähm, ich bin kurz vorm Durchdrehen, bitte ignoriert mich einfach nur. Auf jeden Fall, wir fahren dann am besten jetzt erstmal zu Zero, soviel ich noch weiß, ist das jetzt erstmal nur eine Cutscene. Jawohl. Nein, ich muss jetzt eine Immobilie kaufen. Oh, stimmt ja. Ich habe noch was im Ofen vergessen. Ich werde es mal gegen später kaufen. Guck mal. Ja, ich meine, theoretischerweise nochmal eine SL einzusprechen wäre eigentlich schon ziemlich nice, aber wäre eigentlich auch ziemlich unnötig, wie ich finde. Dementsprechend lasse ich es auch erstmal. Aber wisst ihr, was ich eigentlich gerade eben ziemlich Lust habe oder worauf ich eigentlich mehr Lust habe? Ist so ein Wagen gerade eben zu tun. Ob es jetzt danach schön aussieht oder nicht, kann man sich jetzt wirklich darum streiten. Aber ich meine, hey, wenigstens tun wir uns dann ein bisschen. Aber ich glaube, mit den Felgen wird es dann ein bisschen problematisch. Aber ich muss jetzt eigentlich auch ehrlich hinzufügen, die Felgen will ich eigentlich auch nicht zwangsläufig ändern, weil die serienmäßigen von, äh, sag ich mal, von diesen Felgen hier sehen ziemlich geil aus. Dementsprechend gucke ich einfach mal, falls es einen guten Ersatz gibt und die nicht irgendwie komisch aussehen, dann warum nicht? So, Colors. Ach, nein. Ähm, welche Farbe würde jetzt eigentlich am besten zu dem Wagen hier passen, ne? Blau. Nein. Ich meine, ich will jetzt hier nicht gerade die Standard, äh, Plakette abgehen. Jedenfalls, ich werde eben nicht hier die Standardfarben abgehen. Schwarz-Weiß. Was weiß ich. Ihr wisst, welche Farben ich meine. Und Orange. Okay, wisst du was, ich glaube, ich werde sogar die Felgen ändern, ne? Ich meine, ich würde es ja eigentlich gerne lassen, aber wie hell die sind, das kann man ja niemanden antun, ne? Aber dementsprechend, ich glaube, bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Schwarz ist dann erstmal die Farbe. Nitro, das sehen wir. Danach hier die Wheels. Sieht das wunderbar aus. Oho. Ähm. Ja, wenn das Fahrzeug ein bisschen mehr tiefer gelegt wäre, dann vielleicht. Aber, ähm. Oh. Okay. Ich beschwär mich ja schon. Nein, ich wollte es nicht kaufen. Ah, Gott, dass man hier auf Leertaste drücken muss, um auf Bestätigen mehr oder weniger dann zu drücken. Ist irgendwie komisch, wie ich finde. Oder soll ich vielleicht eher sagen, dass Leertaste Bestätigen ist? Das hört sich schon mal besser an. Hm. Ja, also diese Felgen sehen eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Das passen sogar ein bisschen zu einem Wagen, wie ich finde. BBS. Ah, nee. Ah, nee. Also in dem Fall. Nee, nee, nee. Ach, fürs was. Wir nehmen jetzt erst mehr Atomic. Hervorragend. Das Fahrzeug sieht jetzt einfach nur wunderschön aus. Und ich gucke jetzt einfach mal, dass ich es abspeichere. Vielleicht ohne Crash oder vielleicht nur mit Crash. Mal sehen. Hm. Ich meine, gewissermaßen sieht es eigentlich schon ziemlich schön aus. Aber ich bin eigentlich jemand, der einen ziemlichen Fetisch drauf hat, dass er das Fahrzeug serienmäßig halt. Also ich meine, Motor-Upgrades lieben gerne. Insofern es sich dann nicht wie ein Hybriden anhört. Aber ansonsten, optisches Tuning, da bin ich immer so ziemlich eigen, um fair zu sein. Undercover-Patrouillan, ihr seid solche Knalltüten. Und auch noch ein Cadillac. Das wird immer besser. So, tada. Jetzt erst mal hier speichern. Crash ist wegen und... Oh, Zoi. Äh, nö. Oh, für den Moment habe ich ja nicht nur gedacht, dass sie weiter in meiner Garage und Tür weiterfahren, aber... Ich glaube, das Spiel wird sich aufhängen, weil ich habe allgemein Probleme mit Fahrzeugen von diesem bestimmten Autor. Dementsprechend gucke ich vielleicht lieber, dass ich hier diesen Cadillac nehme und den versuche einzuspeichern. Ich gucke halt eben gegen später irgendwann mal, dass ich diesen Wagen hier einspeichern kann. Aber ich meine... Es ist ja im Endeffekt egal. Die stehen sowieso nur die ganze Zeit in der Garage rum, also... Ich meine, es hat keine absolute Priorität, wie ich finde. Dementsprechend kann es auch ein bisschen warten, wie ich finde. So, dala. Und jetzt einfach mal speichern. 10 Uhr morgens. Und das Fahrzeug sieht verdammt hell aus. Uh, dieses... Wirklich? Äh, ja. Ich weiß ja jetzt schon zum Glück, dass dieses Polizeifahrzeug sich nicht aufhängt, wenn man es versucht, in die Garage einzuspeichern. Was ich allerdings noch nicht weiß, ob, ähm, hier sehe ich, diese Cadillac als Crash-Frei ergibt. Dementsprechend, jo. Ich meine, ich würde eigentlich schon beinahe diesen Caprice einspeichern, aber ich bleibe jetzt erstmal bei Zivilistenfahrzeugen. Ihr wollt wirklich in die Garage rein? Seid ihr wirklich so blöd? Oh, okay. Wollte schon sagen, wenn sie draufstehen, elendig da drin zu verhungern, dann... Meins Segen haben sie schon mal. Aber ich steig jetzt mal lieber die Mission. Tschüssi! Oh, ja. Oh, ja. Hey, Mann, you get the Flicks developed. Sup, Woolsey? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these butas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the loco Syndicate. They're pretty big time, I think. I think. We don't touch below. Oh! Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, did he my way in? How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the pleasure domes club in that old fortress under the gap bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Don't be a stranger. Alright. Ich doch nicht. Vor allen Dingen CJ dich. Go to Jizzy's Club. Ich meine, hier liegen so viele schöne Spenden von der Polizei, aber ich verzichte jetzt erstmal darauf. Oh, man. Ich wollte eigentlich schon fast speichern, aber... Na, ich lasse es mal. Weil, wisst ihr, Leute, wenn man nicht speichert und dafür extra lang wieder fahren muss, das ist... Das hat so was romantisches an sich. Das kann man einfach nicht beschreiben. Vor allen Dingen, weil es eigentlich gar nicht gäbe, wie ich finde. Vor allen Dingen, weil es nicht romantisch ist, aber hey. Ähm. Uh, die Snagge wäre. Den hätte ich gerade eigentlich auch ziemlich Bock, aber... Ich glaube, in dieser Mission bei Jizzy werde ich sowieso meinen Wagen verlieren, also ist es eigentlich im Endeffekt sowieso egal. Hallo, Polizei. Wie es aussieht, haben die jetzt erstmal die Interesse verloren. Scheiße. Naja, wenigstens ist es jetzt nicht direkt mein gekaufter Wagen. Und sonst hätte ich mich jetzt schon ein klein wenig aufgeregt. Und ich werde jetzt noch gleich dazu eine ganz kleine Abkürzung nehmen, indem ich noch vorher einen Dreher hinlege. Wieso auch nicht? Am besten sollte ich es ein bisschen schneller machen, weil ich will nicht, dass ich mich überschlage. Und das passiert meistens, wenn man zu langsam drauf hört. Oh. Ein Ford Mustang V6. Genau nicht. All zu oft. Oh Gott. Ja. Toll. Toll. Nein. Na. Tutututututu. Hm. Wie wäre es eigentlich mit einem BMW 380i Touring, soviel ich noch weiß. Oh. Upsi. 380. Aber Touring weiß ich noch. Auf jeden Fall. Ich meine, ich würde ja noch BMW hinzufügen, dass ich das auf jeden Fall weiß, aber das wäre ziemlich komisch, wenn ich das sagen würde, wie ich finde. Dementsprechend verspreche ich mir diesen Satz. Und jetzt nicht viele Tastenbewegungen machen, sondern nur F2. Jetzt da. Wenn man sich bewegt und F drückt, das ist immer ein No-Go. Das hängt sich bei mir die ganze Zeit auf. Tschüssi. Wow, du bist so beeindruckend, Tschüssi. Ja. 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 Das ist für mich wie ein Rider mit einem Anzug. Das ist für mich nicht mehr, also nicht direkt, was ich unter Schlau bezeichne. Mhm. Oh, oh, Partner, Partner, das ist wirklich, das ist ein No-Go. Ich will nichts sagen, aber diese Frau auf der Schubstange war ziemlich schlecht. Ich will nicht bemerken, bei meiner raufgereihe Richtung. Ich will nicht mehr nach dem Hotel in den Hotel. Das ist zufällige Weise ein Name von der Mission bei Fallout New Vegas. Äh, get in da Pimp-Mobil. Was zum Teufel ist das neben mir? Diese Augenbrauen, die sind ja dämonisch. ich muss ja wirklich zugeben sie ist wirklich eine oder wie soll ich sagen eine ladies person ja das war es überspringen wir so einfach mal also diese augenbrauen von ihr die sie dir die also also sie so können ja gar nicht nur mal wachsen die hat sie wahrscheinlich mit dem edding nachgemalt ansonsten stelle ich mir eigentlich gar nichts mit darunter vor wie man selber schaffen kann ja gott roll doch auch noch zurück du dackel jetzt weiß ich auch warum diese priester gegenspäter sie von ihren dämonen befreien wollte jetzt es ergibt natürlich seine acht befreies vergesse ich finde es irgendwie schnucklig dass ich weiß es gerade eben nicht direkt wie apart das ist und ich wollte eigentlich auch nicht hinten drauf waren auf jeden fall das ist genau pink ist wie die sekundär lackierung bei dem wagen und befreit so weit auf irgendetwas drauf war weil ich mal lieber meine augen auf die straße selber die geht mir jetzt nicht mehr aus dem kopf raus glaubt man muss ja mit diesem wagen gefahren das ist scheiße und soviel ich ja noch weiß sie kann man gleich leute überfahren das wird jetzt erstmal gut ich muss schon zugeben diese wagen kommt ordentlich mit dem arsch dänke dass du das so aussprichst dänke so ich werde jetzt erstmal den weg blockieren und zum teufel ist es auf einmal so dunkel geworden auch hier ab anstatt jetzt irgendwie eine name für das Schargon TG, äh, Gott. Was man halt eben bei diesem Schargon F2C zum Beispiel, ähm, okay, wir fallen eigentlich gerade eben nicht spezifische Namen ein, aber wirklich, boh, als Namen. Danke, Rockstar, aber das ist einfach nur zu toll. Oh, hallo! Also all diese Gewalt! Ist doch überhaupt nicht okay. Ja, schlag schön auf den Arsch weiter. Alter, toll, ich sitze ja auf dem Lenkrad. Ey! Also, wenn man für Chizzy arbeitet, ist es dann, äh, for life. Also das freut mich doch. Get to the hotel, downtown. Ach ja, jetzt darf ich die jetzt erstmal umbringen. Oh Mann, ich, ich sag's ja jetzt nicht wirklich gerne, aber... Ich würd's gerne machen. Allein schon wegen dieser Augenbrauen. Ich weiß, es ist jetzt wirklich kein Grund, aber... Äh, bei ihr bin ich mir da nicht wirklich sicher. Dementsprechend... Juhu! Puh, das könnte doch interessant werden, ne? Ich muss aber mal wirklich gegen Spiele nachgucken, wie viel, ähm, dieser Laden kostet von Zero oder... Wo Zero arbeitet, soll ich eher sagen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass dieses Softtop auch in pink ist, wie viel, ne? Aber jetzt spinne ich gerade eben, muss ich auch wieder rum hinzufügen. So. Glühbirne. Alle beide fahren über Rot, das gefällt mir doch. Wow, das Teil hat sogar manuell. Nice. Die Limo fährt ganz hoch, der SUV ganz nieder. Äh, niedrig. Ach, egal. Save your threadbare soul, Harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Driver, get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Take out the preacher and his protection. Nett. Ach, ich bin jetzt nicht mit devils right hands, sondern ich bin der devil persönlich. Das ist ja nett. Gott, bitte, hör auf dich so mit dem Marsch zu drehen. Ich meine, wenn ein Limo mit einer hohen Geschwindigkeit durch eine Kurve fahren kann, ohne Probleme, ist es schon ein klein wenig krass, wie ich finde. No shit, Sherlock. Du hast genau aufgepasst. Und deine Army macht gerade eben auch nicht wirklich viel. Ja, faster. Harder. Gut. Äh, ihr zwei. Also, ihr habt da wirklich einen netten Magnet, wie ich finde. Würde das vielleicht sogar was ausmachen, wenn ich den danach einfach so ganz brutal wegnehme. Bevor ich jetzt erstmal so einen Anruf entgegennehme. Nein. So drauf. Bitte, Handlieb, bleib da. Mies. Das ist wirklich mies. Aber wieso nicht? Ich könnte eigentlich auch mal ein Chevy Impala SS einspeichern. Warum habe ich zwei Sterne? Äh, ja. Also, muss ich schon zugeben, es gibt sehr wenige GTA San Andreas Fahrzeuge, wo die Hand, sag ich mal, zu dem Lenkrad direkt passt. Schaut euch das mal an. Die passt direkt. Man ist nicht einen Kilometer davon entfernt oder drüber oder man sitzt drauf. Nein. Er hebt das Lenkrad richtig. Das ist einfach nur beeindruckend, wie ich finde. Und wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das Beste, was ich jetzt machen könnte, ist jetzt erstmal auszusteigen und nochmal zu speichern, weil ich gehe jetzt nicht... Also, naja, egal. Hier drüben versucht jemand, den Polizisten zu verbrügeln. Nicht, wie ganz die Sau sieht. Ich steig mir lieber ein, bevor mich ein Schuss trifft. Das muss ich einfach mit angucken. Hey, Polizei! Wollt ihr vielleicht eine Hilfe? Nein? Okay, cool. Das erinnert mich gerade eben an die Polizei von GTA 4, also die etwas dickeren, die jetzt nicht wirklich hinterherkommen und hier ist es mal eigentlich so ziemlich die andere es schafft, zu entkommen, weil die auch so ein Skill haben mit dem Schießen. Dementsprechend, ja, es ist einfach nur romantisch, wie ich finde. So, und jetzt, bevor ich jetzt dieses Fahrzeug einspeilen gehe, was es vielleicht wirklich nicht das Beste ist, gebe ich jetzt zu, aber wisst ihr was, ähm, falls ich es jetzt nicht einspeilen kann, ne, wie gesagt, es ist ja nicht schlimm. Ich fahre diese Fahrzeuge dann sowieso nicht mehr. Ja, die stehen einfach nur noch. Dementsprechend ist es ja im Endeffekt eigentlich egal. Ach ja, Zero's Shop. Ich werde mal ganz kurz nachgucken, wie viel der jetzt kostet. Warum denn ich sage nicht am laufenden Band Zero's Shop? Diese Lange gehört ja nicht mehr jedem. Aber nun gut. 30.000, okay. Wenn ich noch 7.000 zusammenkratze, dann kann ich es dann endlich kaufen. Mal, juhu. Das ist wirklich so, wie ich finde. Und soviel ich ja noch weiß, ähm, musste ich ja auch noch dann ein bisschen Geld mehr oder weniger aufbewahren, weil gegen später muss man sich ja diesen verlassenen Flughafen kaufen. Äh, und der ist eigentlich schon ziemlich teuer, wenn ich es mal so sagen darf. So, warte mal. Und dann jetzt dann einfach reinfahren. So, da. La. Bitte häng dich nicht aufs Spiel. Tu mir diesen Gefallen. Oh, okay. Sehr gut. Dann ist es dann wohl jetzt erstmal Speichel zu gehen. Also Leute, das war jetzt erstmal Gethias und Andreas. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt will ich dann erst was sagen. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.